Herzlich willkommen liebe Leute hier auf Paramount Gaming. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ja, ein ganz kurzes Übersichtsvideo, was ihr auf euch auf meinem Kanal so erwartet. Dafür eine kleine Übersicht. Es gibt insgesamt vier Rubriken, die bei mir grundsätzlich gezockt werden. Ich habe das mal versucht in den Ecken darzustellen. Hier oben links in der Ecke ist Spiele wie City, Skylines, Anno 1800, Sowjet Your Public. Eigentlich so Aufbaustädte-Simulationen in der Richtung. Links unten dann ebenfalls Simulationen, die so in die Verkehrsrichtung gehen. Wie Railway Empire 2, City Bus Manager oder zum Beispiel gerade aktuell nehmen wir Rails. Oben rechts in der Ecke dann Sportsimulationen. Das ist das dritte große Thema. Natürlich der Football Manager 24 und alle weiteren Versionen, die davon kommen. Der FC 24 aktuell Tennis Manager und AO Tennis 2. Und unten rechts in der Ecke gibt es nochmal so eine kleine Sonderrubrik. Nämlich zum Beispiel mit so Simulationen spielen wie Wreckfest, Eurotruck Simulator und viele weitere. Das ist immer am Samstag in der Regel ein Thema. Denn wenn ihr bei mir auf der Community Seite schaut, dann seht ihr dort einen fixen Sendeplan für den Hauptkanal. Dort seht ihr was wann läuft. Und am Samstagmorgen um 8.15 Uhr gibt es in der Regel ein Special mit irgendwelchen Spielen, die ich einfach mal so teste. Oder wie auch immer oder euch andere Sachen vorstelle. Also von daher da gerne mal drauf achten. Außerdem gibt es natürlich bei mir noch einen Zweitkanal, nämlich Paramount Gaming 2. Dort sind ein paar Tutorials angesetzt. Oder aber Spiele, wo ich einfach sehr viele Videos von habe. Sprich vom FM24 zum Beispiel gibt es noch ein weiteres neues Projekt. Das versuche ich dann eben auf den Zweitkanal runterzubringen. Oder aber Spiele, die es auf dem Erstkanal nicht schaffen, weil dort die Aufrufzahlen nicht so gut sind. Werden natürlich weiterhin gezeigt und das eben auch auf dem Zweitkanal. Auch kurze Informationen auf Instagram immer wieder mal neue aktuelle Sachen. Paramount Gaming heißt dort die Seite. Und ja, letztendlich wollte ich euch kurz auch nochmal vorstellen, warum mein Kanal überhaupt Paramount Gaming heißt. Also Paramount hat was mit Papageien zu tun. Und genau, ich habe zwei kleine Papageien, die ich hier oben eingeblendet habe. Die können immer wieder mal in der Aufnahme natürlich rumkreischen. Die haben ihre ruhigen Phasen, wie man es hier zum Beispiel auf dem Bild sieht. Die haben aber auch ein paar aktivere Phasen. Das ist zum einen bitte ich das zu entschuldigen. Aber zum anderen gehört das natürlich auch zu meinem Kanal dazu. Wie die zwei zu meinem Leben. Von daher ist das bei mir eben in dem Fall was Besonderes. Ja, kurz und knackig eine Vorstellung. Ich hoffe, ihr habt Gefallen dann gefunden. Wenn ja, dann gerne liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos, würde ich sagen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, wie immer. Und vor allem, das meine ich auch wirklich ernst, bleib gesund. Bis dann.